Was geht ab, boah, ich freue mich, der Herr der Terrafox, hier genannt von der Herr der, und herzlich willkommen zum neuen Indie-Game in der Sage 2023 von Demo, Big Boy in Boxing, und, äh, die Musik ist erlaubt, deswegen versteht man nicht. Aber ja, also, wir starten jetzt mal mit dem Game tutorial, ihr habt es schon durchgespielt, aber es ist nicht schlecht gemacht. Okay. Das ist jetzt ein bisschen an Punch-Out für das Nintendo. Die Nintendo De-meh, nicht die heißt, äh... Andy ist schon? Ich glaube schon, ja. Okay. Ah, mein Controller hat keine Batterie. Ah, nein, nein, nein. Ah, so. Okay. So, oh, nicht das Tutorial, ich hab mich verdrückt, nein, 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 nein. Nächste Menü, so. Ich nehme den ersten Challenger. Da, 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 da. Und dann damit... Was geht denn da ab? OHHHHHHHHHHHHHHHHH AL-D-A-I Also, drei Treffer, man ist tot, oder? Wie läuft das Spiel? Ich wollte nach oben schlagen, das Gesicht, trotzdem funktioniert es nicht. Alter, wie sieht man aus? Oh, hey. Alter, ey. Ah, wie sind wir ausgerichen. Oh, Mann, oh, mein Gott. Häh, ich bin zu Hulk. Oh, Mann, oh, mein Gott. Alter, das ist ja kein Spiel. Ich versuche mal einen anderen Charakter. Real Baba. Wie auch Mr. Adelman. Adult-Männer, so. Das Spiel ist so verrückt. Alter! Der ist mal geschummelt. Der kam von rechts. Der blöde Typ vom rechts hat mich angehittet. Man sieht es nicht wegen der Facecam. Der Typ da, unter der Facecam, der hat mich angehittet von rechts. Alter, das ist unfair. Ja, bis wann, das ist gerade eben. Alter, ey. Oh. Ich check das Spiel nicht. Ich check das Spiel nicht. Ich check das Spiel nicht. Okay. Ja, ich würde mal sagen, ich höre mal auf. Vielen Dank fürs Zusehen. Werde nicht so weiterspielen soll, schreibt mir in die Kommentare. Vielleicht mache ich dann noch ein neues Let's Play. Das ist ja nicht ganz so gut gelaufen wegen den Batterien und so. Wie kommt man das? Mein Gott, ey. Man hat nur drei Lebenspunkte. Aber, hey. Ist halt eben ein bisschen wie Punch-Out. Sehr lustig gemacht, ehrlich gesagt. Der Humor gefällt mir. Aber naja. Das war's von mir erstmal. Vielen Dank fürs Zusehen. Bleibt gesund. Wir haben einen Daumen hoch für euch fürs Zuschauen. Wie kommt der? Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.